Liebe Patientinnen und Patienten, herzlich willkommen zum DPU-Talk, einer neuen Serie mit kurzen Videos über die richtige Pflege ihrer Zähne sowie aktuellen Themen der Zahn-Mund-Gesundheit. Wir wollen Ihnen damit eine Informationsquelle auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ermöglichen, um einen gut vorbereiteten und entspannten Termin hier bei uns im Zahnambulatorium Krems der DPU erleben zu können. Der DPU-Talk wird in regelmäßigen Abständen auf unseren Social-Media-Kanälen für Sie zu finden sein. Schreiben Sie gerne in die Kommentare, welche Themen zur Zahn-Mund-Gesundheit Sie schon immer interessiert haben und worüber Sie sich noch gerne näher informiert hätten. Nun wünschen wir Ihnen alles Liebe, viel Spaß auf unseren Social-Media-Kanälen und bis bald beim DPU-Talk. Bis zum nächsten Mal.